Diese Leute, die nichts hatten, haben es geschafft, für nichts etwas zu bekommen? Sagen Sie uns, wie haben die das gemacht, indem sie schon vorher einiges hatten? Ja, alles klar. Was sagen Sie dazu? Das Wort, die Scheiße, das Geld, der Tod. Letzteren habe ich persönlich eingefügt. Ich denke, das ist der Höhepunkt des Kapitalismus. Mehr schafft er nicht mehr. Ich lasse mich jedoch überraschen. Ich konnte mir ja schon das, was war, nicht vorstellen. Und da kommt immer noch mehr daher, wenn man ein wenig abwartet. Es kommt etwas zurück für nichts, das man gern gegeben hat. Noch nie hat man etwas so gern gegeben. Man wusste ja, man würde dafür etwas bekommen. Für dieses Nichts kam etwas zurück. Das Gesicht des Geldes. Die wesenlose Wahrheit des Geldes blickte einen an wie ein Tier. Ja, das Geld, die Scheiße, das Wort. Okay, der Tod kommt nach. Der muss nur noch etwas Rouge auflegen. Das spiele ich hier. Das ist die Dreifaltigkeit, die eben oft zu viert kommt. Manches von ihnen so klein zusammengefaltet, dass man nicht lesen kann, was draufsteht. Nehmen wir das Geld, das Liebe sucht und stattdessen von einer Taschenlampe geblendet und abgeknallt wird. Man rief es und es kam auch brav. Macht was draus. Bei solchen Verhältnissen. Was sucht das Geld noch hier? Was macht es da noch? Tiere sind tot, Menschen auch. Was macht das Geld also den ganzen Tag? Schon viel. Doch Geld sucht mehr. Es sucht immer mehr. Schauen Sie. Die Armen haben nichts. Und es wird ihnen auch nichts gegeben. Was macht es denn? Musik Vielen Dank.